Die IFAD ist die Weltleitmesse für Umwelttechnologien. Mit über 3000 Ausstellern und rund 125.000 erwarteten Besuchern aus aller Welt hat sich die IFAD als weltweit führende Branchenveranstaltung etabliert. Die 18. IFAD öffnet morgen um 9 Uhr die Tore für ihre Besucher. Die IFAD fand 1966 erstmals statt. Damals unter der Bezeichnung Internationale Fachmesse für Abwassertechnik. Kurze Zeit später, 1968, wurde der Club of Rome gegründet. Eine Vereinigung von Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Kultur, Wirtschaft und Politik aus allen Regionen unserer Welt, die sich für eine lebenswerte und nachhaltige Zukunft der Menschheit einsetzen. Der Club of Rome nimmt eine globale Perspektive ein, in der komplexe Wechselwirkungen ebenso wie lange Zeiträume zur Geltung kommen sollen. Er möchte dazu beitragen, Systeme und Prozesse im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung zu gestalten und dazu anregen, dass jede und jeder Einzelne im eigenen Umfeld damit beginnt. Dieser Grundsatz ist im Ausdruck Global Denken, Lokal Handeln zum Markenzeichen des Club of Rome geworden. Die Leitidee des Club of Rome liegt in einer nachhaltigen Erhaltung der Umwelt für die Menschheit. Um das zu erreichen, braucht es eine Entkoppelung von Ressourcenverbrauch und Umweltbelastung auf der einen Seite und wirtschaftlichem Wachstum und Wohlstand auf der anderen Seite. Das ist ein Ziel, was die IFAD und auch der Club of Rome verfolgen. Insofern haben sie gemeinsame Interessen zum Schutz unseres Planeten. Der IFAD Environmental Leadership Award 2014 geht an. The Club of Rome Berlin Bis zum nächsten Mal.